Willkommen zu einem The Outer Worlds 2 Special, präsentiert von Spacer's Choice, natürlich! Qualität muss natürlich nicht teuer sein, aber besser wär's. The Outer Worlds 2 wird eindeutig das beste The Outer Worlds 2, was es jemals in dieser und jeder anderen bekannten und unbekannten Galaxie gab. Dafür garantieren wir von Spacer's Choice mit unserem guten Namen. Die Spacer's Choice Rechtsabteilung weist darauf hin, dass Garantien in Verbindung mit der Namensnennung nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Universal Defense Logistics automatisch und unwiderruflich den Ausschluss aller in dieser Verbindung genannten, gegebenen, vergebenen, durchgegebenen, ausgerufenen, versprochenen, geflüsterten und sonst irgendwie kommunizierten Garantien und unter bestimmten Bedingungen zufolge haben kann. Diese besonderen Bedingungen schauen Sie gegebenenfalls unter Punkt 12737 unter Abschnitt 35 des Universal Defense Logistik Zusatz AGB 245 nach. Hier ein Auszug. Immer. Vielen Dank für Ihre Vergesslichkeit. Neu in The Outer Worlds 2. Jetzt gibt es endlich The Outer Worlds 2 auch in First Person Ansicht. Die Kunden haben es sich immer gewünscht und wir haben zugehört. Spacer's Choice natürlich. Erforsche und entdecke neue Planeten ohne dich zu sehen. Wer will sich auch schon selbst sehen? Wenn es wundervolle Planeten lauter Wunder voller Kreaturen zu bestaunen gibt, denk mal drüber nach. Schau dir nur diese Kreatur an. Wunderbar, nicht wahr? Aber auch gefährlich. Also haben wir sie wieder aus dem Spiel entfernt. Zu deinem Schutz. Wer will schon mit gefährlichen Kreaturen in einem Rollenspiel zu tun bekommen? Okay, wir können dir einfach nichts vormachen. Es wird natürlich gefährliche Kreaturen geben, aber nicht diese oder vielleicht doch. Entscheiden Sie doch einfach selbst und kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Die Hotline ist nun offen. Und zu. Danke für Ihre rege Teilnahme. Unser Kundenservice war unermüdlich für Sie da und freut sich, dass wir Ihnen bei allen Angelegenheiten behilflich sein konnten. Wir werden Ihre Rückmeldungen selbstverständlich schnellstmöglich auswerten. Kontaktieren Sie uns nicht. Wir kontaktieren Sie. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das Besondere an The Outer Worlds ist sicher, dass man unseren Titel auf allen nur denkbaren Plattformen in der Galaxie spielen kann. Sogar auf allen Plattformen, die es heute noch nicht einmal gibt. Technik ist überhaupt kein Wunder. Sie wundert nur manchmal. Das gleiche gilt natürlich zu 100% für The Outer Worlds 2. Uns liegen schließlich Kunden am Herzen. Mit anderen Worten, wir lieben Kunden. Alle Kunden. Ja, auch dich. Fühle dich geliebt mit Spacer's Choice. Natürlich. Deshalb kannst du dich absolut darauf verlassen, dass The Outer Worlds 2 auf absolut jeder Plattform spielbar sein wird, solange es sich um einen PC oder eine Xbox handelt. Spacer's Choice macht es möglich für dich. Natürlich werden wir jedem Kunden auch eine Version für jede andere Plattform zur Verfügung stellen. Hierzu wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unseren Ingame-Kundendienst. Den erreichen Sie über so gut wie jeden PC und jede Xbox-Version von The Outer Worlds 2. Selbstverständlich können Sie Ingame-Dienste nur ingame nutzen. Das ist doch ziemlich logisch, nicht wahr? Also sichern Sie sich heute noch Ihre PC oder Xbox-Version. Selbstredend, dass Sie natürlich auch über ein entsprechendes Abspielgerät verfügen müssen. Sobald Sie also über ein geeignetes Gerät und eine natürlich legal erworbene Version von The Outer Worlds 2 verfügen, erhalten Sie sofort Zugriff zu unserem fantastischen Ingame-Kundenservice. Ist das nicht einfach fantastisch? Wir garantieren Ihnen eine hyperschnelle Antwort innerhalb von 150 Stunden. Ähm, pardon. Ich meinte natürlich Tage. In dieser Zeit können Sie natürlich The Outer Worlds 2 auf den besten Plattformen dieser Galaxie nutzen. Der Kundendienst von Spacers Choice weist an dieser Stelle sicherheitshalber auf den absoluten Verzicht auf jegliche Rückerstattung, sobald Sie das Spiel gestartet haben. The Outer Worlds 2 wird Ihnen vieles bieten. Extremes, wundervolles, geniales, fantastisches, schönes, buntes und noch vieles, vieles mehr. Sie wollen Romanzen? Verdammt, Sie kriegen Romanzen. Allerdings erst in The Outer Worlds 3. Also notieren Sie sich schon heute Ihren nächsten Wunschtitel. The Outer Worlds 3 nicht vergessen, dort gibt es garantiert, bestimmt oder auch nur sehr wahrscheinlich Romanzen für alle Romanzen-Fanatiker da draußen. Aber kehren wir zum Vorgänger zurück, nämlich The Outer Worlds 2. Sie werden ein super neues Universum betreten können mit neuen Inhalten, aber auch mit Inhalten, die Sie bereits aus The Outer Worlds 1 lieben und kennengelernt haben. Dieser Mix aus Neu, Neuer und Früherem Neu haben unsere exzellenten Wissenschaftler zu einem völlig neuen Neu weiterentwickelt. Und The Outer Worlds 2 wird natürlich wieder eine deutlich kürzere Rollenspielerfahrung bieten, als irgendein 0815-Rollenspielprodukt, das Sie womöglich kennen. Aber denken Sie daran, es kommt weder auf die Größe noch auf den Umfang an, sondern stets und einzig auf die Technik. Und die The Outer Worlds 2-Technik beruht auf der speziellen, patentierten und auf Ihre Kosten erprobten The Outer Worlds 1-Technik. Erwarten Sie wieder irrwitzig viele verschiedene Enden. Wir wollen das Ende an den Anfang setzen, nehmt das, Powergamer. Die Zauberformel lautet auch hier wieder absurde Möglichkeiten. Es liegt nur bei Ihnen, also greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. The Outer Worlds 2. Qualität handgearbeitet und die einzige Multi-Plattform-Erfahrung auf nur zwei Plattformen. Spacer's Choice. Wir machen, was andere können. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Wir wollen nur das Beste für Sie. Natürlich. Deshalb werden wir The Outer Worlds 2 in Deutsch anbieten. Absolut komplett in Deutsch. Allerdings müssen Sie auf die Spracheingabe verzichten, aber dafür packen wir Ihnen als Bonus Englisch hinzu. Diesen Bonus haben Sie sich verdient. Sie sind die besten Kunden, die sich Spacer's Choice wünschen kann. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Disclaimer. Spacer's Choice haftet nicht für Schwindelgefühle, Wunder oder Hunger, die Sie möglicherweise beim Betrachten dieser Werbung erlebt oder verschwürt haben. Spacer's Choice ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Universal Defense Logistics. Durch das Anschauen der Werbung befreit des Zuschauers Spacer's Choice von jeglicher Haftung im gesamten Universum bis zum Ende der Zeit. Diese Werbung wurde an Tieren getestet und gilt daher zu 89,5% als sicher für den Menschen. Wie auch immer, es ist nicht sicher, diese Werbung unter Einfluss von Adrenatim, Dietylpooxyalat und seiner Derivate anzuschauen. Diese Werbung darf nicht innerhalb der Arbeitszeitgenossen diskutiert und referenziert werden. Fünf Carnids, zwei Raptitons und ein genetisch nicht identifizierbarer Weltraumorganismus wurden bei der Erstellung dieser Werbung beschädigt. Diese Werbung wurde auf 100% purem Acetat von Spacer's Choice gedreht. Falls diese Werbung beginnt zu rauchen, ziehen Sie sich bitte in eine sichere Entfernung zurück und schauen Sie dann ruhig weiter. Warnung! Schwangere, ältere Menschen und Personen, die in den letzten zwei Stunden gegessen haben, sollten eine längere Einwirkung dieser Werbung unter allen Umständen vermeiden. Diese Bekanntmachung sollte nicht als Gewährleistung oder Garantie verstanden werden, unabhängig davon, welche Wörter tatsächlich verwendet oder impliziert werden. Aufgrund einer kürzlichen Gerichtsentscheidung ist Spacer's Choice dazu verpflichtet worden, mitzuteilen, dass die Produkte von Tanti Clio trotz gegenteiliger Behauptung von Spacer's Choice folgende Inhaltsstoffe nicht enthalten. Cyanid, Cystipik, Magensäure, Quecksilber, Sprottendärme oder Körperteile von Menschen. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Toten oder im Kyroschlaf befindlichen oder ähnlichen Zuständen ist rein zufällig. Spacer's Choice hat die gesetzlichen vorgeschriebenen Mindestanstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Werbung enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Nichts in dieser Werbung ist als Ersatz für medizinischen Rat von Ärzten gedacht. Und denken Sie daran, Spacer's Choice, geschnittenes Brot schmeckt deshalb so unheimlich frisch, weil es einfach so ist. Gibt es wirklich keine weiteren Nebenwirkungen? In sehr wenigen Fällen wurde von explosiven Zelltod berichtet. Allerdings kommt das wirklich nur in sehr, sehr wenigen Fällen vor, auch wenn wir in anderen Zusammenhängen das Gegenteil behauptet haben. Sie brauchen sich also absolut keine Sorgen zu machen. Auf uns können Sie sich verlassen. Spacer's Choice, natürlich. Und dieses Video wurde dir präsentiert von Spacer's Choice. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei The Outer Worlds 2.